hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin natürlich auf die nach dem ticket allerdings ist es heute das zwei stunden ticket weil das tägliche ticket habe ich schon fertig gespielt und video irgendwie gelöscht na gut deswegen bin ich jetzt beim 2 stunden ticket und das ist das follower-legends naja ist jetzt ja hier einer der rpg viel spaß ok und da sind wir jetzt was das sind meine ganze leute da sind meine ganzen leute hin ich hab sie abgespeichert gehabt ach mensch so was ist nicht mal ein bisschen ärgerlich wenn nach langer zeit wieder ins spiel kommt wo man weiß dass man es gespielt hat und dann alle leute auf einmal wechselt ich glaube ich hatte fünf leute bei denen gehabt schon das war nicht viel war ja immer noch am anfang oder nee das müsste mehr gewesen sein oder ist ja auch über google problem da komme ich jetzt nicht hin ich muss erst mal das tutorial jetzt durchspielen also spiel das tutorial jetzt einmal durch danach melde ich das ganze einmal über google an das sieht blaue ichię ich bin 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, jetzt wird er wieder hochgeladen. Untertitelung des ZDF, 2020 Hatte ich die damals vergessen zu verimpfen? Gut, da spiele ich jetzt noch einmal das Tutorial durch. Dann werde ich Facebook mit dem Spiel verimpfen. Aber eigentlich meine ich hätte das gemacht. Ich glaube, ich war sogar noch viel weiter gewesen. Oh, naja, was war jetzt? Warte mal, ich habe doch mal ein Buch. Ich habe es doch bestimmt reingeschrieben. Nee, nicht reingeschrieben. Also habe ich es doch nicht gespeichert. Gut, dann gehen wir jetzt hier rauf. Dann ändern wir mal das Gesicht hier. Ich nehme den ja. Ich nehme den ja. Oder den. Rampart. Dann gehe ich jetzt auf Konto. Verbunden. Verbinden. Die ist jetzt schon ein anderer drauf verbunden. Jetzt habe ich jetzt einen auf Google und einen auf Facebook. Ja gut, ich würde trotzdem mal sagen, das war es dann schon wieder für heute. Dann müssen wir mal die Gratissachen hier ab. Da, eine Mission noch. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch am nächsten Mal dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Schauen, ob mein Ticket angekommen ist. Da ist es. Und da zeige ich mal. Dankeschön. Tschüss.